Neben den Raidern sind im Ödland die Ghuler ein großes Übel. Nicht die Ghule selbst stellen eine Gefahr da, irgendwie wird man schon mit ihnen fertig, aber ihre Infektion, die sie übertragen können, sie gunifizieren ein und machen einen selbst zum Ghul. Wenn man nicht schnellstens ein Medikament findet, was das Ganze verhindert, man hat nicht mehr als ein, zwei Tage Zeit, ansonsten wird man selbst sein Ghul. Am Anfang soll es eine Menge Diner und Stützpunkte gegeben haben, aber es werden immer weniger. Immer weniger trauen sich raus ins Ödland, um so etwas um einen Handelsbosten zu betreiben, denn die Diner sind nichts anderes als Handelsbosten. Es gibt nur noch wenige, denn Raider und Bandiden, was auch immer für Gesocks und natürlich auch die Mutanten, machen ihnen das Leben zur Hölle. Und so hat Trudi richtig Glück, denn dort hausen die Kopfgeldjäger und ich glaube, die spielen den Bandiden übel mit. Ich glaube, sie sind... Und so hat sie nicht gehört. Und so hat sie nicht gehört. Untertitelung. BR 2018 Ich werde verrückt. Ich werde langsam verrückt, wenn ich noch länger hier sitze und nachdenke. Doch, doch, wenn ich mich in einen dieser Viecher, wenn ich mich in eines dieser Viecher verwandle, beißt mich tot. Beißt mir die Kehle raus. Wir sollten weiter nachschauen, ob hier noch was ist. Vielleicht irgendein Azenai oder was. Los, schauen wir mal hier runter. Hm, scheint ein Schutzbunker zu sein. Vielleicht einiges mit einigem ausgestattet, was man braucht. Vielleicht auch ein bisschen... Superkleber, sehr schön. Vielleicht auch ein bisschen Azenai. Obwohl, bisher sehe ich noch nichts. Brennstoff. Oh, Honnizion? Na ja, der Kleber ist mir zur Zeit lieber. Irgendwas ist hier. Bleib da! Doc! Komm zurück! Doc! Kommst du her? Schau ich nicht auf, was hier ist. Sehr schön. Jede Menge Essen. Oh, noch mehr Essen. Das ist ein guter Platz hier oben. Sehr schön. Für Essen war das wirklich ein super Platz hier. Da hat man ganz schön was gebunkert. Junge, bleib hier. Das ist irgendwas, ne? Red X. Auch nicht so schlecht. Und noch mehr Essen. Und du weißt, wir brauchen Essen ohne Ende. Das ist perfekt. Super. Hier hinten noch ein Kleber. Sehr schön. In der... Arbeitsbank. Hm. Warte, wir schauen nochmal hier hin. Dann schauen wir auch mal... Ah. Aber... Ich weiß nicht. Denkst du, es ist eine Gullifizierung? Denkst du, ich werde langsam zum Gull? Ach, verdammt. Hat es zugenäht. So, schauen wir uns mal das Ganze an hier. Hm. So. Ich glaube, das war's. Ja. Was ist eigentlich hier drin? Toaster. Moment. Was ist das? Schauen wir uns mal genauer an. Ich glaube, das ist eine Arznei. Die hier drinnen ist irgendein Serum. Wer weiß, für was das gut ist, wenn die hier mit den Gulls gehaust haben. Probieren wir's. Oh. 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 Wollen wir's mal probieren? Mit nem Verband? Ich glaub, sieht besser aus. Puh. Sollten vielleicht ein bisschen schlafen. Und dann nochmal hier runterschauen. Ich geh mal rauf. Ich lebe noch. Äh. Doc? Ah ja. Siehst du irgendwas draußen? Boah. Ein Sturm. Hast du wieder die Tür aufgemacht? Hätte schwören können, ich hab sie zugemacht. Äh. Hm. Einen Schluck trinken. Puh. Puh. Äh. Puh. Hm. Schöner, leichter Nieselregen noch. Könnte richtig schön hier sein, der Hütte. Aber sicher ist sie nicht. Da ist unsere Tankstelle besser. In der Höhle. Na los, wir schauen nochmal runter. Vielleicht finden wir noch was. Hm. Hm. Weißt du. Aber hier unten, da ist es nicht schlecht. So schlecht ist die Hütte gar nicht, wenn wir hier diesen Unterschlupf haben. Wir haben... Hm. Hier können wir auch einiges einlagern. Wenn wir hier ein bisschen aufräumen. Hm. So schlecht gefällt es mir hier gar nicht. Wir haben einiges an... Ist irgendwas da unten? Irgendwas... Irgendwas... Dass die noch funktioniert. Kommt. Weiter. Doc. Leise. Es wäre nicht schlecht, wenn wir uns hier einen sicheren Unterschlupf schaffen würden. Wurde mir gut gefallen. Radio. Hm. Radioaktivität. Verdammt. Radix. Warte. Und. Warte, warte, warte. Wir setzen was auf. Wo ist es, wo ist es, wo ist es hier? Sollte die Radioaktivität ein bisschen stoppen. Und wir schauen mal, was wir finden können. Was wir noch mitnehmen. Los, schnell. Bisschen. Bisschen essen. Was haben wir hier? Nehmen wir alles mit. Klebstoff. Klebstoff. Klebstoff immer gut. Ne Cola. Ah, das können wir hier lassen. Schnell. Halt, hier drin. Was ist das? Sehr schön. Was haben wir hier? Wir müssen schnell wieder raus. Hier ist alles verseucht. Können wir ein andermal machen. Los, raus mit uns. Was haben wir hier noch? Hier, warte. Hier an der Seite. Los, jetzt weg. Nichts wie weg. Mir können wir nicht vertragen. Wie geht's dir, mein Freund? Hier ist es halbwegs sicher, sagt mein Geigezähler. Aber hier draußen, das ist nichts. So. Sollten wir mal schauen. Was haben wir? Was haben wir für Beute gemacht? Was haben wir für Beute gemacht? Hm. Kleidungstechnisch war da nichts dabei. Ja, wir könnten... Halt, hier. Eine Mine. Nicht so schlecht. Mine ist nicht schlecht, sag ich dir. Das war nicht... Das war gut. Was haben wir noch? Hier haben wir noch irgendwas gefunden. Hier. Wir schauen mal. Essen haben wir jetzt einiges. Das gefällt mir sehr gut. Schau dir das Heft an. Könnte unser medizinisches Wissen ein bisschen erhöhen, wenn ich das ein bisschen weiter durchlese. Aha. Nicht schlecht. Gut. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir eigentlich noch für Getränke? Hm. Schmutziges Wasser. Nicht wirklich erst mal. Wir sind eigentlich ganz gut versorgt. Was haben wir hier? Red X. Ja. Hier haben wir einiges, was wir vielleicht verkochen könnten. Mal schauen. Hm. Hm. Schlüssel. Was ist der Schlüssel? War der etwa von der Sendestation? Das haben wir an Zeitschriften alles. Ja. Überlebensführer. Ja, alles gut. Gut. Gut, ich glaube, das war's. Was mag der wert sein? Dieser Fusionskern hier. Hm. Na gut. Das ist unser nächster Plan, unser nächstes Ziel. Durch den Regen draußen. Vielleicht Wasser. Wir brauchen Wasser. Wir schauen uns noch mal ein bisschen um, oder? Na komm, wir gehen raus. Wie sieht's vor allen Dingen mit unseren, äh, mit unserer Munition aus? Wir schauen mal, was wir haben. Wir schauen mal, was wir haben. 15? Nicht so schön. Nicht so schön. Nicht so schön. Wir schauen mal, was wir machen. War hier nicht. War hier nicht. War hier nicht. Warte mal, mein Freund. Wir sollten doch in den Süden wegen dieser Pistole. Wir schauen mal, was wir machen. Wir schauen mal, was wir machen. Wir schauen uns mal leicht um. Wir sehen wieder die Strommasten. Die Strommasten können ein bisschen als Orientierung gelten. Ah, ich denke, wenn wir hier dem Strommasten folgen, kommen wir zu den Farmern. Die Strommasten sind nicht schlecht zur Orientierung, sag ich dir. Hm. Wie ist das dort? Ein Highway? Hier oben? Wir bräuchten ein Fernglas über kurz oder lang. Boah. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wetter. Irgendwo schießt es schon wieder. Man hört schlecht durch den Regen. Hier drüben. Ja. 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 Wollen wir es probieren? Ist kein Beißer. Wo? Hast du ihn erlebt? Ich mag mich nicht weiter nach vorne bewegen. Hab Angst, dass ich in den Schusswechsel reinkomme. Doc? Alles klar? Ver años ли es? Und wer ist das? Hm. Wer ist der Mund? Ist der Mund? Doc? Ich brauche dich hier ... Ich brauche dich hier ... Ich brauche dich hier ... Dort oben. Wie viele sind's? Vor allen Dingen sind's böse Wichter. Was sagst du? Zu weit weg, oder? Das ist nur eine Wehre. Und eine Chance. Da ist er wieder. Weg! Verdammt! Wo? Oh, Junge. Alles klar? Irgendjemand schießt noch. Auf uns? Was denkst du? Hast du ihn eigentlich? Ich seh ihn nicht, mein Freund. Wo hast du ihn hingelassen? Lebt er noch? Verdammt, um zugenäht. Hat er sich auch in den Staub gemacht? Ich hab ihn doch vollen sehen. Der Regen lässt nach. Ich hab ein bisschen Angst. Sie schießt. Aber in die andere Richtung. Scheiße, was war da? Denkst du, sie kommt? Was zum? Nein. Nein, das ist nichts. Puh. Scheint wirklich nur die eine zu sein, oder? Scheiße. Scheiße. Das ist ein Träpivadas. Jetzt können wir nur hoffen, dass ein Raider war. Ganz vorsichtig, auf ihn hat sie geschossen. Komm, wir schauen mal rauf. Wo ist sie? Was ist das? Wahrscheinlich hat sie sich mit dem Hund angelegt. Ist sie runtergefallen? Oder war es ihr das da unten? Hm. Schauen wir uns erst mal um, mein Freund. Hier ist nichts. Verdorbenes Fleisch. Schon den anderen haben wir nicht gefunden. Merkwürdig. Neun Millimeter. Na ja, wir nehmen, was wir kriegen, ne? Wir nehmen, was wir kriegen. Könnte sie gewesen sein, ne? Aber wie ist sie hier runtergefallen? Merkwürdig. Merkwürdig. 5,56er. Das ist ein Mann, keine Frau. Das war aber ne Frau. Eine Frauenstimme zumindest. Nur, wo ist sie hin? Aber sie ist doch ganz eindeutig gefallen. Labor, sehr schön. Das würde ich sogar mal benutzen. Das würde ich sogar mal benutzen. Erst mal schauen, ob die Luft rein ist. Verband gerne hier. Ich würde gerne einen Verband hier stellen. Kein Stoff mehr. Wir bräuchten, wir bräuchten Rüstung. Wir bräuchten tatsächlich Rüstung. Können wir eigentlich Wasser? Ne, das ist beim Kochen noch. Können wir uns abkochen? Nein, hier geht noch gar nichts. So, wir schauen jetzt nochmal rauf. Irgendwo muss doch die abgeblieben sein, oder? Hier. Irgendwo muss doch die hierher rundegefallen sein, oder? Ist die ausgerissen? Was denkst du? Wo ist die? Wo ist die ab? Ah, hier. 38er wieder mal. Da ist sie. Tatsächlich. So, jetzt. Wäre es noch schön, wenn wir den anderen da oben... Ah, komm. Geht außen rum. Den anderen da oben auch noch finden. Wer weiß, wo es den hinge... ...geeiert hat. Hm. So, hier müssen wir noch unseren... Ah, ah. Sehr schön. So, und jetzt. Wir waren irgendwie... ...hier... ...hm. Wir haben... ...getrunken? ...hier... 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 ...hier haben wir uns mit ihm auseinandergesetzt, oder? ...hier haben wir uns mit ihm auseinandergesetzt, oder? Hm. Dass ich hätte... ...schwören können... ...dass er hier war. Oder hier drüben. Könnte auch sein. Oder dort bei dem... ...großen Baum. Hatten wir uns hinter dem großen Baum hier versteckt? Ich glaube, oder? Da ist er. Ja. Sehr schön. Gut. Das war schon mal erfolgreich. Dort oben. Hm. Hier geht's weiter... ...in den Süden rein. Da drüben ist wie ne... ...ne Sperre. Die Frage ist... ...was sind das für Leute? Hm. Ich glaube kaum, dass die friedfertig sind. Sicher ist es hier natürlich überhaupt nicht. Was haben wir noch? Ich schaue mal das Auto zumindestens an. Was war das eigentlich dort oben? Für ein... ...für ein Wohnwagen hier. Wollen wir ihn uns mal anschauen? Die Waffe... ...die ist nicht schlecht, ne? Die ist nicht schlecht. Mit Pistolen... ...bin ich schon immer besser zurechtgekommen... ...als mit Gewehren. Ja, die Schrottflinte ist ja auch nicht so schlecht. So, jetzt ganz ruhig. Was ist das hier? Hm. Eine Fahner dran. Die Frage ist... ...Freund oder Feind? Hm. ...ein Industriekomplex... ...ein Haus dort? Ähm. Alles klar? Ich hoffe nur... ...denkst du... ...der schießt auf uns, wenn wir näher kommen. ...sieht aus wie ein Bunker. Ist da jemand drin? Können wir da rein? Das ist irgendeine... ...irgendeine Station. Hier funktioniert gar nichts mehr. Das macht mich... ...n bissl... ...macht mich ein bissl... ...macht mich ein bissl... ...macht mich ein bissl ängstlich. Tja... ...bisher waren wir hier noch überhaupt nicht erfolgreich. Das können wir mal probieren. ...macht mich ein bisschen... ...hah... ...hah... ...weiß Gott nicht erfolgreich. ...hah... 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 ...back wäre schlecht. ... ...term genauso. ...hah... 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 Nein, bieten wir keine Idee. Miel aber! Aber was soll bei Miel von Treffers sein? Oh, tatsächlich! Öffnen wir! Jetzt bin ich ja gespannt. Was haben wir? Patronen? 45er? Hätte ich gern mehr. Eine ist ein bisschen wenig. Das war alles? Das war wirklich alles? Oh no. Das war alles. Wird wahnsinnig. Jetzt hab ich mal ein Passwort geknackt und das war... Oh, ich geh ab. So. Los. Weg. Hm. Moment, eine Fliege. Lass sie. Lass sie fliegen. WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 3 ...häh? ...häh? Viel zu viel Munition verbraucht für die Viecher. Da müssen sie wenigstens ausnehmen. Oder noch so ein grünes Viech hier. Ist klar. Puh. Tennessee. Was ist das eigentlich für eine Stadt? Da drüben. Ist nördlich von uns? Ist das unsere Stadt? Ich glaub schon, ne? Schau mal kurz. Hm. Müsste eigentlich Konkurz sein. Hier ist in der Nähe der Diner. Hier drüben ist er, ne? Gehen wir erstmal zum Diner. Schau mal, ob wir vielleicht Wasser bekommen. Hm. Einen Arzt bräuchten wir mal irgendwann. Oh no. Ah, das war echt... Das war echt schade. Da ist sie. Blödes Viech. Wie viel haben wir noch? Wie viel haben wir noch? Ah, Mist. Nur noch drei Schuss. Deine 10 mm, ne? Er muss die 10 mm ran. Mist. Hm. Verdammt. Wäre ja zu schön gewesen. Ich hab zu viel verbraucht. An diesen Fliegen. Vor lauter Schreck. Ähm, hier ist der Diner, ne? So, schauen wir mal. Ob Trudi ein bisschen Wasser hat. Wasser wär super. Hm. Wollen wir nochmal hier kurz hinschauen? Red Storm. Red Storm, den können wir nicht aussitzen. Doch, im Pub. Ich hab Angst. Los. Wir gehen mal rauf zum Pub. Warte mal kurz. Nein. Keine Zeit. Keine Zeit. Wir bräuchten schon wieder right away. Könnte aber auch nur ein einfacher Regens sein. Man weiß es immer nicht. Ich glaube, das ist nur ein einfacher Regen. Wir gehen mal rauf zum Pub. Was ist denn mit Blüten? 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 Sehr urgent Water, water, water Don't look like water, what you have here... Wait, you have dirty water I have dirty water by myself I don't need it Yeah And... Yeah Okay Okay Esther, the only... My only... My only pleasure would be Trudy My only... Alternative Ja, ähm... Mir geht's eigentlich ganz gut Zurzeit Außer die Radioaktivität Die hat mich immer im Griff Was? Was essen wir? Mal schauen... Achso, halt Mal schauen, was wir haben Was können wir essen? Bissl... Spaghetti Und... Und... Hm... Eventuell noch so ein Früchtesalot Ja? Und... Wir nehmen noch eins Und zwar... Hm... Was ist das eigentlich hier? Ah ja, das nehmen wir Ja? Gut Und dann mal auf zu Trudy Ist nur ein normaler Sturm Normaler Regen Also was immer hier ein Problem ist... Ach, warte mal... Ah, ich setz mal mein... Meinen Hut wieder auf Ja Ich hab keine Zeit Keine Zeit So, mal aus dem Regen wieder raus Puh Puh, Trudy Der Laden hat geöffnet Was willst du? Wasser Von allem etwas Wasser brauche ich Hast du natürlich nicht Schlecht Empfanglos Nicht das Schlechteste, aber... Bräuchte Wasser Du hast nicht eins Schlecht Echt Schlecht Warte mal... Hast du vielleicht noch irgendwas was nach... Nein Melonen hast du? Hm... Da ist gar nichts Ich seh's Da ist noch keine neue Lieferung bekommen Aber ich hör... Draußen... Moment mal... Ich nehm die... Patronen hier Die nehm ich gern Die 38er Ich nehm auch die 45er Und die 10er von mir aus auch 5... 65er Was war das eigentlich? Das war eine Repetier Hm... Warum nicht? Mal schauen was es kostet Ähm... So... Mal schauen was ich dir geben kann... Meine... Gute... Warte da draußen... Saubere Flaschen... Ja... Ich brauch aber welche... Tatsächlich... Hm... Hm... Nukleare... Rassmaterial... Hier bitteschön... Stahl würde ich dir geben... Das finde ich wie Sandermeer... Hm... Hier... Zigaretten... Ähm... Was wollt das hier? Äh... In grün sieht's irgendwie komisch aus, oder? So... Blau sieht irgendwie besser aus... Ja... Wir bräuchten tatsächlich einen Riegenhut... Hehehe... Nett... Ähm... Hm... Hm... Zwei Hundefutter hab ich tatsächlich... Hm... Nicht so schlecht... Das könnte ich dir nur noch geben... Warte hier... Das Zeug... Das willst du nicht... Das was ich dir geben will... Das willst du nicht... Das ist traurig... Weißt du das? Ich weiß nicht für was ich das brauch hier... Ich glaub... Ich glaub um ehrlich zu sein... Ich hab nicht viel für dich... Wenn ich's recht bedenke... Eigentlich hab ich gar nichts für dich... Da müssen wir wieder was hergeben... Hm... Weil wir brauchen noch Wasser... Wir brauchen tatsächlich noch Wasser... Dann... Hm... Ich glaub das hier... Das war hier so teuer... Das hier ne... Warte mal... Ich... Warte mal... Ich... 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 Kann mal den Handel kurz abbrechen... Und kurz mal schauen... Was da draußen mit... Nicht dass uns die wegläuft... Vielleicht hat sie irgendein Wasser dabei... Ähm... Ah hier... Hallo... Willst du handeln? Äh... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich habe von allem etwas... Ja... Das schauen wir uns gleich mal an... Ich bräuchte eigentlich nur eins... Und zwar... Sauberes Wasser... Nein... Es ist zum verrückt werden... Wasser haben wir nicht... Wir müssen nach Wasser suchen... Wir müssen echt nach Wasser suchen... Rauch nicht zu viel... Ich habe schon lange keine mehr geraucht... Na gut... So... Ich kaufe mir noch die Patronen... Und dann ist gut... Also los... Judy... Der Laden hat geöffnet... Was willst du? Patronen... Von allem etwas... Ich brauche nur Patronen... Und zwar nämlich die haben wir gesagt... Die 45er... Die 10mm... Und das war's... Ist auch genug, ne? Ja... So... Und... Ich gebe dir... Was haben wir gesagt... Was gebe ich dir? Hier... Ich gebe dir diese... Box hier... Hm... Ich wollte dir doch noch mehr geben... Hm... Diese Zigaretten... Achja... Die ganzen... Ne... Warte... Das Salzduch... Gib's mal wieder... Du bekommst das Grüne... Gut... Es war noch irgendwas... Irgendwas wollte ich dir noch geben... Hm... Irgendwas habe ich dir noch gegeben... Das letzte Mal... Aber was... Ich glaube... Ich glaube... Was ist hier was? Hm... Hm... Irgendwas... ...hat ich dir noch... ...gegeben... Zigarren... Ne... Gewährteile? Nö... Was? Benzinkanister? Nö... Haha... Ich weiß es nicht... Schauen wir das nächste Mal an... Was haben wir hier eigentlich noch? Das müsste aber Leder raus... Da müsste man Leder raus... Machen können... Ah ok... So... Tja... Haben wir ganz schön gehandelt... Gut Rudi... Wer ist das? Hm... Vielleicht... Mal ins Gespräch... Kommen mit dem... Sieht nicht so aus wie ein Kopfgeldjäger... ...wie die anderen hier...